Wie alt sind Sie? Die Kameralsteuer. Wie alt sind Sie? Jonas, mein Gott. Ich muss euch jetzt leider ein Interview geben, weil ich bin die Braut und ich habe hier gerade mein Junggesellenabschied und muss Aufgaben erfüllen. Ich wollte gerade fragen, also du heiratest wirklich? Ja, ich heirate wirklich. Jetzt? Hier und jetzt? Ne, im Oktober erst. Und ihr macht hier Junggesellenabschied? Ja, genau. Und läuft's? Läuft. Bist du glücklich? Ja, schon. Ich wusste bis gestern auch noch nicht, dass ich hier bin, aber ich freue mich jetzt mega, hier zu sein. Also ist echt geil. Ja, doch, auf jeden Fall. Ja, eigentlich dachte ich, wir machen eine Schollewanderung, aber ist auch geil. Heute geht's los? Ja, heute geht's richtig los. Sehr gut. Auf wen freut euch am meisten? Ich freue mich am meisten auf Anne-Marie Kanterreit. Am Sonntag. Liebt die Band? Schon mit, ja. Schau, da stehen meine Notizen drauf. Ja, da steht drauf, Mammut Music ist richtig geil. Deine Eindrücke bisher vom Southside. Was sagst du zum Festival? Was sagst du den Leuten? Ja, ich find's super. Das zeig ich dir später. Ich find's super, super Stimmung, geile Bands. Und wir haben ja schon gute Interviews gehabt heute. Aber ganz ehrlich, Bands dieses Jahr relativ schwach, muss man schon sagen. Ich find's Geschmackssache. Ja, aber gute Headliner, aber die Basis ist schwach. Ja, ich mein, die Headliner sind doch irgendwie auch die Basis, oder? Ja, ich bin stolz. Danke, danke. Gut, dass wir drüber geschwätzt sind. Das war's vom Southside Festival. Leute, macht's gut. So ist doch richtig dumm und dämlich. Es kann nur gut gehen. Guckt mich an. Mal. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.